Wer sich jetzt fragt, was wir hier machen, wir feiern heute die 50. Kochshow und damit Jubiläumssendung bei Mediamarkt. Auch heute dreht sich alles wieder um, wie ernähre ich mich so richtig gesund, beziehungsweise wie werde ich durch meine Ernährung so richtig fit. Wie unterstütze ich mit der Ernährung meinen Muskelaufbau und wie bleibe ich so richtig leistungsfähig. Also alles rund um Powerfood für Sportler. Und wer kommt heute noch so richtig ins Schwitzen? Da sehe ich meine zwei Köche neben mir an der Seite stehen. Ralf und Hannes. Schön, dass auch ihr wieder dabei seid heute. Happy Purzeltag. Genau. Der André fragt, beziehungsweise als erstes kommen hier auch Gewürze mit rein, beziehungsweise bestimmte Kräuter bei diesem Rezept jetzt oder kommen die erst später dazu? Bei dem Rezept kommen erst später die Kräuter dazu. Und vor allem ist es auch so, salzen tut man Risotto eh nie vorher, weil durch die ganze Reduziererei und vor allem kommt dann auch noch eine Gemüsebrühe mit rein, die auch schon an sich einen Eigengeschmack hat. Der Parmesan kommt am Schluss rein, der Rucola kommt rein, die getrockneten Tomaten, jetzt wenn ich da am Anfang Salz rein, dann kann es sein, dass er am Schluss versalzen ist und das wollen wir nicht. Deswegen schmecken wir am Schluss einfach ab. Aber auch da haben wir ein schönes Salz von King of Salt. Ja, das ist ja so eine Pasta-Mischung. Da sind auch noch getrocknete Tomaten drin und Oregano, Basilikum, ja, Zwiebeln. Der André hat dazu eine Facebook-Frage und zwar ist es denn besser, ich sehe, wir sehen ja jetzt hier getrocknete Kräuter im Salz. Er fragt, ob man denn lieber getrocknete, beziehungsweise gefrorene Kräuter oder immer frische Kräuter verwenden sollte. André, das ist ganz klar, an dem frische Kräuter. Frische Kräuter ist immer cool, bloß bei dem Wetter ist es jetzt ab und zu ein bisschen schwierig. Hexens, du hast eine gute Schaufel, dass du den Schnee wegschaufeln kannst und dann kannst du frische Kräuter ernten. Also man muss immer schauen, was für eine Jahreszeit, man kriegt da alle Kräuter immer frisch und deswegen kommt bei uns nachher beim Tomatenrisotto nochmal richtig fett Rucola drunter, grob geschnitten und das ist dann das frische Kraut für uns. Ich glaube, du hast es auch schon mal erwähnt. Der Maurice fragt jetzt nochmal die Frage, mit was kochen wir das Risotto heute ein? Er fragt, mit Wasser oder mit Wein? Geht wahrscheinlich beides? Ne, mit Wasser schon gleich gar nicht. Wenn dann Brühe. Genau, wir haben eine Gemüsebrühe gemacht, auch die Gemüsebrühe haben wir mit dem Mixer gemacht. Selbst? Wir haben ein frisches Gemüse, Wurzelgemüse genommen, doppelt so viel Menge wie King of Salt. Da haben wir das Urmeerwasser, die Hälfte drauf, also ein Kilo Wurzelgemüse, einen halben Liter King of Salt, sauber aufmixen, dann hat man so eine Paste, so ein Püree und das dann mit Wasser aufspritten und dann schmeckt das Ganze. Die Vanessa, die haben es ja vorhin schon mal angesprochen, die Vanessa fragt jetzt aber nochmal, was kann denn der Autocook sonst noch alles, außer Risotto? Ja, also wie gesagt, er hat ja vorn diese Programmstufen alle mit drauf. Kann man vielleicht einmal ein bisschen so einzeln ein bisschen erklären. Bloß nicht draufdrucken, das war vorhin auch glatt. Genau, also er hat halt zum Beispiel ein Suppenprogramm. Das heißt, durch das, dass er anbraten kann, kann man halt Zwiebeln anrösten, könnte dann zum Beispiel ein bisschen Blumenkohl mit dazugeben, auch wieder Gemüsebrühe, Sahne und man könnte schön fein eine Suppe kochen und im Nachgang dann einfach nur pürieren, hätte man eine schöne Suppe. Dann schmoren kann er. Ich denke, man könnte Rouladen drin machen, ja, auch anbraten, Soßenansatz drin machen und dann halt durch das, dass das ja wie ein Dampfdrucktopf funktioniert, hier oben einfach verschließen, genau, erst verschließen, dass drin Dampf ist und dann zum Schluss Dampf ablassen. Und intelligent deswegen, sorry, dass ich dir unterbrich, jetzt ist der Dampf offen, ist ja wichtig, beim Risotto muss der Dampf weg, jetzt pass auf. Sagt einmal sofort, ich mach nicht weiter, mach das Ding auf und dann geht's wieder. Also du kannst eigentlich nichts verkehrt machen. Genau. Dann, er hat ein eigenes Programm für Backen, für Milchspeisen, für Reis, Getreide, Marmelade, Hülsenfrüchte, also... Frittieren, Dampfgaren. Genau. Also es ist wirklich so ein Gerät, das vor allem dann zum Einsatz kommt, wenn dein Herd an seine Grenzen stößt. Natürlich könntest du das alles nachimitieren mit Topf und Deckel drauf und Deckel runter und was weiß ich was, aber es ist natürlich schon eine Maschine, toll eine Maschine zu haben, die das alles für sich alleine macht und dann am Ende der neben dem Herd steht und diesen ergänzt und nicht nur einfach kopiert. So, Ralf, die Milena hat noch eine Frage. Kann man denn in den Mixer auch Nüsse reinmachen? Geht das auch? Selbstverständlich. In den Mixer kannst du dann Nüsse reinmachen. Da kam gerade auch noch die Facebook-Frage auf, weil wir gerade bei unserem Sous-Vide-Stab standen. Was ist denn das für ein Sous-Vide-Stab? Der Sous-Vide-Stab ist von der Firma Unold. Ich meine, wir haben ja alle ausprobiert und ist für mich momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, derjenige, der am wenigsten Abweichungen hat oder eigentlich gar keine Abweichungen hat und nicht in die Knie geht. Und ja, macht halt irrsinnig viel Spaß. Er ist klein, er passt in jede Schublade, brauchst bloß ein bisschen einen größeren Topf und dann hängst du das ein und gut ist. Und du kannst Fleisch damit Sous-Vide garen, Fisch damit Sous-Vide garen, Gemüse damit Sous-Vide garen und eben auch ein Ei damit Sous-Vide garen. Dann würde ich an der Stelle mal unsere heutigen Gäste ins Studio bitten. Und zwar sind das zwei Profisportler beziehungsweise Fußballer von Marvin Matip und Tobias Lebels vom FC Ingolstadt 04. Die erste Frage lautet, wie esst ihr denn vor einem Spiel? Beziehungsweise wie bereitet man sich da von der Ernährung herauf vor? Naja gut, es wird nicht reichen, vor dem Spiel anzufangen. Man muss am besten schon die ganze Woche vernünftig essen. Ja, man redet immer von Kohlenhydraten. Die sind auch relativ wichtig, die langkettigen, also aus Vollkornprodukten zum Beispiel. Aber Mineralstoffe und Vitamine und Enzyme spielen halt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn der Körper dann funktionieren soll. Also es sind nicht immer nur die Kohlenhydrate, die liefern die langzeitige Energie. Aber damit der Körper wirklich funktioniert und alle Reaktionen im Stoffwechsel angeschmissen werden, brauchen wir ein bisschen mehr Mineralstoffe, wie gesagt Mineralstoffe, Vitamine, Enzyme. Die Nathalie hat gerade noch eine Frage gestellt, da kam jetzt kein Eis mit rein. Hat es jetzt... Kam da auch mit Eis mit rein? War das jetzt absichtlich oder normalerweise... Da war ein bisschen Eis drin. Ja, also wenn ich den so probiere, der ist eigentlich kalt genug. Okay. Ist je nach... Ich hab gerade ein bisschen Eis nachge... Da ist der Feinschmecker. Ist je nach Präferenz, also, ja, ne Ahnung, ich trinke die auch gerne ein bisschen wärmer, weil es dann für den Magen auch ein bisschen angenehmer ist, aber viele, gerade auch im Sommer, trinken die natürlich keinen Blick wieder. Der Blick nach rechts. Ja, ich glaube schon, dass er mit Eis, finde ich, immer noch ein Tick besser schmeckt und ja, gerade die Datteln sind genannt, also die benutzen wir dann eben auch zum Süßen eben und ich glaube, dass da auch ein recht, ja, leckerer Geschmack dann eben noch dabei rauskommt. Und wir verabschieden uns heute mit vielen tollen, leckeren Gerichten. Wir hoffen, ihr macht etwas davon nach und schickt uns ein Video davon. Ich hab dir versprochen, du darfst das als Erste probieren. Dann muss ich das Waschel ein bisschen abputzen, da geh her. So... Und... Irre. Irre, das müsst ihr nachmachen. Das ist ohne Kohlenhydrate und vor allem für den Abend richtig lecker. Toll. Viel Spaß beim Nachkorb. Toll. Bis блок安 게isch. Also konkret bei Lukenal busca. Bellmin große moviment, ins Kommen. Bis zum nächsten Mal. Amen.